Liebe Leute, ich wollte euch eigentlich einen Film machen zum Thema Zwei Hunde, Vorteile und Nachteile. Warum ist es schön, zwei Hunde zu haben und was sind die Herausforderungen und wann wird es auch mal anstrengend? Jetzt mache ich stattdessen einen Film darüber, wie schön es ist, zwei Hände zu haben. Tada! Meine Rechte, hieß es bis heute Mittag, ist gebrochen. Dann habe ich einen Anruf vom Orthopäden bekommen, Entwarnung. Es ist nur eine schwere Verstauchung. Aber ich darf die Hand erstmal nicht benutzen. Also es ist ganz schwierig am Computer für mich. Und was noch schlimmer ist, ich kann nicht drehen. Ich kann so wie jetzt eine Kamera aufstellen und euch da ein bisschen was reinsprechen. Wenn ich da nicht zu viel schneiden muss, dann kriege ich das auch irgendwie online gestellt. Aber es ist mühsam und ich brauche für alles irre lange und es fängt nach kurzer Zeit an, sehr weh zu tun. Also ich kuriere das aus. Es dauert ein paar Wochen. Ich hoffe nicht zu lang. Wie gesagt, ich habe gedacht, es wäre gebrochen. Es ist also alles nicht so schlimm. In Kürze wird es weitergehen. Bitte bleibt mir gewogen und ich versuche euch was Kleines zwischendurch bei Facebook online zu stellen. Und ja, ich hoffe, wir hören und sehen uns dann. Schreibt mir mal. Ich würde mich freuen. Also bis dahin und tschüss.